Landrat Johann Wimberg nahm es mit Humor. Der Versuch, den Deutz von Christian Otten, Mitglied des Oldtimer-Clubs Nikolausdorf, rückwärts samt Anhänger in eine abgesperrte Fläche einzuparken, misslang vollends. Er gab es dran. Besser machte es Franz-Josef Holzenkampf. Dass der CDU-Bundestagsabgeordnete nicht zum ersten Mal auf dem Trecker saß, wurde schnell deutlich. Schneller war allerdings Rainer Engelmann. Eine gute Figur gab auch Bürgermeister Andreas Bartels und weitere Razziern ab. Der Nikolausdorfer CDU-Razier manövrierte das Gespann allerdings deutlich in der schnellsten Zeit in die vorgeschriebene Stellfläche und gewann den Wettbewerb.